Ja, hallo, morgens. So. Ja, mal was, old man. Morgen. Da lacht einer und er hat kein... Ich weiß nicht warum. Er hat kein... Also er ist es nicht. Er ist nicht der Rektor, wo ich gerade aufsagte, sondern er ist Stefan Z. aus Karlsruhe. Aber man hat das Gefühl, er hat wahrscheinlich hier mitgefeiert und hat Anti-Idiotikum geschluckt. Aber nein. Andi, du bist ja der Stefan aus Karlsruhe. Folgendes. Du hast die Gabe. Du hast die Gabe, dass ich jetzt den ganzen Aufsager, den ich vor 13 Minuten gestaltet hatte, gestaltet hatte, dass ich den jetzt nochmal aufsagen muss. Was hast du gemacht? Um was geht's? Hörst du jetzt im Hintergrund Report 24, Feuerwehrsignal? Nee, ich werde mich ja gar nichts tun. Ich bin gerade aufgestanden irgendwie. Ach so. Ich habe gerade den ersten Kaffee und kurz die Pflanzen durchgegossen. Ach so. Das Erste, was ich immer mache, war gestern Progang bis, ich weiß nicht, bis 4 Uhr, glaube ich, hat's getan. Bis heute Morgen. Ja, und was geht's denn irgendwie? Geh mal, kommen wir mal zurück irgendwie auf das, was wir gestern wieder auf. Nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, das kommt nicht mehr vor. Was geht's denn? Ich wollte dich bloß. Was wolltest du irgendwie? Ich wollte dich bloß fragen. Ich wollte dich bloß fragen. Ob ich dich verarscht habe, oder was? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das kann doch vorkommen. Das macht mir mit mir halt auch Spaß oder so. Ich wollte dich bloß fragen. Winn, du musst mal was auf die Reihe bringen. Also das heißt, dass die 20 Jahre... Nein, ich habe das anders. Ich meine, das hast du jetzt wieder aus dem Zusammenhang gerissen, wie die Bild-Zeitung. Ich habe gedacht, du lehnst die Bild-Zeitung genauso ab wie ich. Ich habe nur gesagt, du wirst jetzt älter irgendwie. Du bist jetzt schon über 60. Wie alt bist du geworden? 62? Oder 63? Nee, 62 war es. Jetzt habe ich es wieder. Oder? Naja, ich harre der Worte. Du hast geahmen müssen, weil... Ja. Und wenn morgens irgendwie nicht fit bin ich... Nein, 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 nein. Passt schon, passt schon. Bis meine Hirn anläuft. Auf jeden Fall habe ich das so gemeint, dass wenn man älter wird, dass man sich auf bestimmte Sachen konzentriert muss, um Erfolg zu haben. Das habe ich gemeint. Was du machst, ist ja völlig egal. Aber ich werde immerhin 100 Sachen verzocken. So habe ich es gemeint. Ja, 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 ja. Das würde, glaube ich, das verletzte Kind auch sagen. Und sagen, lass mich lieber liegen. Ich will lieber verunglückt bleiben. Keine Hilfe. Lieber was anderes machen, was lohnenswerter ist. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, so. Ich meine, natürlich, wenn ich jetzt irgendwo bin und ich verunglückt ein, dann würde ich natürlich auch jederzeit helfen. Ah, ja, ja, ist okay. Stefan. Also, ich mache, ich kann dir gar nichts angeben. Also, es geht mir nichts an. Es geht mir, Stefan. Stefan, es geht mich nichts. Stefan, Stefan, darf ich, darf ich ein Wort dazu sagen? Darfst du auch mal, ja? Oh, ja, danke schön. Guten Morgen, Herr Notarzt. Ich darf praktisch drüber hinweg schauen, wenn ich an der Straße A, B, C, D, E vorbeifahre und da passiert was, weil ich jetzt halt in einem gewissen Alter bin, soll ich dann praktisch mich raushalten und mich auf mich konzentrieren. Da habe ich ja gerade drüber diskutiert, nicht bei Notfällen. Ah. Oder wenn du wirklich jetzt davor bist, aber dir nicht unbedingt die Notfälle selber schaffen. So habe ich es gemeint. Nein, ich versuche nicht, mir selbst ein Bein zu stellen, drüberfallen und Stein draufzuschmeißen. Das mache ich nicht. Garantiert. Ich bin nämlich dicht und nicht nicht dicht. Also, ich mache das nicht. Also, das ist richtig. Ich baue mir selbst keine Unfälle. Das stimmt. Also, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass der eine oder andere die Vogelperspektive des Lebens ab und zu verlässt. Aber scheinbar bin ich überzeugt worden. Heute Morgen am 13.08. Unglaublich. Unglaublich. Du bist ja auch jemand, der, was weiß ich, irgendwie das Zeug da gerade zu magisch anzieht. Was weiß ich. Schon früher jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Das stimmt. Das ist mir schleierhaft. Aber... Das stimmt.